Wenn du denkst, dass man in der Ausbildung bei DATIV nur vom Computer sitzt, dann hast du dich geschnitten. Hi, ich heiße Alicia und mache eine Ausbildung zum Mediengestalterin im Bereich Digital und Print bei DATIV. Ich bin Anna und ich mache eine Ausbildung als Mediengestalterin. Als Mediengestalter entwirft man unterschiedliche Dinge, also von Print bis Digital, also Broschüren, Webseiten, Visitenkarten, ist eigentlich alles mit dabei. Auch Fotografie und Illustrationen kommen dazu und jeder kann sich wirklich kreativ ausleben. Also für mich ist meine Ausbildung eine 10 von 10. 10 von 10 Punkten! 10 Punkten!